Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Word of Warplanes, diesmal wieder mit Letz Grotti. Hallo! So, wir starten gleich ans Gefecht. Sollen wir nicht erstmal ne Runde suchen? Ja, warum ist mein Name gelb und deiner nicht? Weil du ein Leader bist. Damn boy! Damn son! Where to find this? Oh, der ist gut. Grönland. 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 Ich habe sehr viele andere Maps gesehen in der Zeit, wo ich wieder gespielt habe. Grönland! Weil wenn das erste Map, wo du wieder da bist, ins Grönland, dann spring... Grönland, komm an! Dann spring ich raus von dem Erdgeschossfenster. Tu mir den Gefallen. Nicht im Nagel. Naja, gut, eigentlich rein theoretisch bin ich schon wieder das untere Erdgeschoss, das bei mir ja noch draußen geht. Grönland. 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 Aber einen Stock über dir geht's auch raus. Jaja. Also, irgendeiner lügt von euch! Kennst du was, wenn du Leader... Ich habe zum Beispiel... Okay. Ich lasse zum Beispiel hier gerade eine Playlist laufen, die ich immer gehört in Minecraft, also ich gebaut habe. Ja. Und es gibt mir jetzt solche Minecraft-Vibes, diese ganzen Lieder. Das kenn ich. Das kenn ich. Wir brauchen ein Minecraft-Projekt! Okay, let's go! Ne, nächstes Jahr. Minecraft Jura 2? Nein! Das ist doch Minecraft-Kreide. Das funktioniert nicht. Wir haben für falsch gestartet. Ich weiß die Erste, die... Ich vergiss die Andere immer. Yes! Da war Kreide Erste. Damn! Obwohl... Obwohl... Nein! Ja! Obwohl Jura eigentlich schon echt... ne gute Idee war, als er auf den Namen... Saurier... Zeit, Alter. Das machst du jetzt? Okay, da hast du noch 20 Sekunden. Ich bin ja noch nicht drin. Was? Also, ich seh noch den Ladebeschirm. Schaut euch diesen Flieger im 4K an. Und wie er brennt. Tertiere. Kreide war das Erste. Dann kam Jura und dann Tertrias. Und dann kommt Premium. Boah, Jura Premium! Minecraft Jura Premium. Wieso heißt das? Wieso heißt das nächste Carbon? Bitte? Achso, ne, warte. Ich blick nach rechts. Ich glaube, ich bin in den Fall schon gegangen. Weil die Tiere immer kleiner werden. Okay. Ich seh auf der Karte. Einen direkt neben mir und einen direkt hinter mir. Wenn ich mich jetzt irgendwie bewege, fliege ich in die rein? Wie kann ich nach hinten schauen? WTF? Ich kann doch mal nach hinten schauen, oder nicht? Ah, mit Kuh. Äh, mhm. Ach, du bist in der Mitte hier, oder was? Oh, da sind sie auch schon. Let's go! Boah! Also Trias war das Erste. Dann kam Jura und dann... Und Kreide. Nein! Strömungsabriss! Was? Hätten wir jetzt in Jura ein bisschen mehr Story aus der Avatar Harry gibt. Gibt's... Was für Story denn? Das hat so ganzes, äh... Avatar-Ding erst so richtig angewurbelt. Ja, und auch kurz war ich im richtigen Moment erst scheiß... Wo bin ich denn hier? Ja! Was machst du denn? Ich weiß es nicht, ich hab keine Map! Tab, Bruder, Tab! Ich seh's jetzt schon! Ich flieg mit! Wir kommen! Mein Game ist grad gecrashed, ich hab neu reingeladen... Ich hab's vorhin übrigens gesagt, du hast mir nicht zugehört. Äh, mein Game ist gecrashed, ich hab neu reingeladen und plötzlich war ich hier im Himmel. Du hast jetzt gecrashed? Ja, hab ich aber auch gesagt! Wahnsinn, das hab ich überhaupt nicht gehört! Was hast du aber probt noch deinem Dino zu bauen? Das war während dem Dino zu... Oh Gott, ich hab einen Gegner am Arschloch! Haha, nice! Ne, ich seh ihn schon! Oh Gott, ich hab zwei Gegner am Arschloch! Oh, der kommt auf mich zu? Oh ja! Wuuuh! Und kill! Ist da noch einer? Oh, das sind noch mehr! Es sind noch zwei! Aber wo?! Einer bin bei mir hier unten! Liebe uns! Der ist 800 Meter weg! Okay, ich drehe er ab! Ich geh lieber auf den, der einen Kilometer weg ist! Einmal abdrehen und neu auf ihn zufliegen! Kesselhof! Was war mein Gegenstil? Kesselhof! Was hast du gestohlen? Ich kam von oben! Ich war der Predator! Der Predator! Ich glaube, wir müssen in die Mitte! Wir haben nichts! Ne, wir haben noch zwei Sachen! Eine! Hast du zwei? Das wäre unser Spawn! Haha! Erstmal kurz weiß man jetzt wo die... Oh, da kommt ja einer! Ne! Ja, da ist einer bei unten! Bei mir hinten! Da schaust du schon! Ja, da ist ein Kilometer über mir! Ich komm nicht so hoch! Oh, da kommt ja einer! Wait! Da ist noch einer! Das ist derselbe von vorher! Die, wo du mir gesteilt hast! Nein! Strömungsabriss! Event! Nein! Die ist jetzt rein! Boah! Was ist das näher für eine Sau! Hat der gerade abgebremst, wenn ich in ihn reinfliege? Oh Gott! Oh Gott! Ich werde geschossen von irgendwo! Kann gar nicht sein, weil bei dir niemand in der Nähe ist! Ich wurde aber angeschossen! Kann immer noch nicht sein! Der, glaube ich, Heck schützen! Ja, das kann sein! So, Ivan! Und der nächste! Jawoll! Da kommen noch zwei! Was? Da oben! Ach da! Ich glaube, der kommt da unten! Geh, geh! Oh Gott! Ich glaube, der kommt da unten! Geh, geh! Oh Gott! Ich glaube, der kommt da unten! Geh, geh! Ich kümmere mich um den anderen! Ich hoffe, der geht mir nämlich ziemlich auf den Sack! Entweder seine Heck schützen mich oder ich ihn! Uuhuhuhu! Moin! 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 Boa, endlich ist der tot! Ich hab' nicht mal was... Ich hab' nicht mal was gekriegt dafür! Oh, das sind schon die Nächsten! Der ballert mich denn ab? Wir sind nur... Wir sind nur defensiv am Spielen! Was geht denn ab? Ja gut, so besser, wer... Wer ballert sich auf mich? das ist schon wieder dieser hat der heck schützen weiß ich nicht aber da unten ist noch einer wieder unten ist noch einer wo irgendwo hier ist noch einer da hinten sieht man wo das ist das ganze ach du schon wieder ich hab kollisionskur das ist viel zu schnell das habe ich in einer der letzten folgen gemacht da bin ich so nah über den boden geflogen dass ich zwischen den häusern hier entkommen bin ich nehme auf uns ein arzt buchstäblich da oben sind wieder zwei gott jetzt neben mir ich bin wieder der text schützen der fikt mich immer ich habe das eine von uns treffen ich stürze ab ich stürze ab ich stürze ab komm komm Betsy du schaffst das das muss ich ansehen das muss ich ansehen hallo Betsy jawoll er läuft wieder oh gott wir haben's verloren oh shit ja aber meine Maschine wollte nicht mehr ich kann nicht mehr heilen bist du gerade unter mich durchgeflogen als ich einen Loopy gemacht habe weiß ich nicht weiter so wir haben es fast geschafft wir sind es nah ja wenn wir uns so gut verteidigen ich kriege nicht die KI ist zu gut für mich ich kann nicht mehr schießen ich habe 12 AP ich bin tot wie Flugzeug feldflug kann nicht gestartet werden ich bin einmal gestorben ja wegen nein 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 ich will nicht sterben unser Flugplatz ist unter gegnerischer Kontrolle wir müssen das Blatt wenden was soll das ich hatte 5600 Punkte ja die Sturmfront hat das musste ich auch auf die harte Tour lernen so kriege ich jetzt nicht mal den scheiß KI-Flieger den ich jetzt hier schon in einer halben Stunde in der ja fliegt so wie kann ich wechseln ich will ich will diesen Losern hier nicht zusehen danke jawoll Jungs warum kann ich ich mit meinen 6 AP wo hab er was gerissen wie kann ich dir zuschauen du wirst nicht mehr lange Zeit haben wer heil dich ich weiß nicht wie es geht ich hab die ich hab die Karte markiert ich bin angeschossen es wird hell ich geh ins Licht ich geh ins Licht ich hab ein HP ich schau auf die Karte er kriegt mich niemals oh Gott lachen gerade lachende Leute am Fenster vorbei glaubst du sie lachen wegen mir da unten ist er da unten ist er ich kann dir nicht zuschauen ich weiß nicht wie ich noch lebe das Flugzeug repariert sich mit der Zeit von der eine Grotte da kommt ein zweiter wo ist er mein Flugzeug repariert sich mit der Zeit ich hab trotzdem ich kann trotzdem nur die Hälfte an Leben haben weil mein Flügel schon ist sein Beginn der Runde ist mein Flügel schon ich schau hier irgendwie ich schau hier bloß einen in der Mitte zu dem alle weggefickt beziehungsweise ich hör mich alle weggefickt aber ich schau bloß dich von der Karte an ich kann ja wieder vier Leute auf diesen einen roten Punkt gehen jawoll ich bin dritter zeig mir ich hab ich hab 3k Punkte wie kann das sein erst gestorben bin hattest du bloß 1,9 wie kann das sein dass ich so wenig Punkte hab wir waren noch mal ich war noch mal auf mit dir so gut wie kann das schön das war eine schöne Runde endlich mal wieder Grönland-Urlaub endlich mal wieder Grönland-Urlaub zurück zum Hangar so 3 bei Verteidigung zerstört 6 Luftziele zerstört Spielabschüsse einen ja das geht ja 2 Aufgaben abgeschlossen ich besitze 900.000 Geld und schau mir jetzt erstmal bei oh ich könnte Forschung vorantreiben auf dem Stufe 5 Flieger weiß nicht ob ich das will ne ach schön das ist eine Stufe 4 die Russen haben erst auf Stufe 4 einen direkten Jäger oder was Entschüssi ja USA war ich auch schon bei den Jägern Japan auch Großbritannien hatte ich auch schon China 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 hat bloß Special Flugzeuge Boah ich will den äh Hybräischen haben aber der kostet 3,5 Gold der Schwedische habe ich auch geil aber das ist ein Bomber glaube ich nein ich will den Hybräischen den israelischen ne das sind doch alles Jäger da das ist auch in der Jäger Abteilung Achso Mehrzweck Jäger Achso ich habe bloß alles angeschaut aber die du kannst die europäischen nur für Geld kaufen also Gold ja was soll denn der Scheiß die hat ja einen Franzosen Jäger als so eine halbe Drohne und kein Jäger mehr wäre sicher auch richtig geil wäre wäre bei schwere Jäger von den deutschen Nadoo 335 A1 ist einfach eine Messerschmitt Hehe Schön Stufe 8 ja 12.500 Gold Digga Ich will noch ins Flugzeug Ich habe keinen deutschen 4 Jäger doch müsste ich Ich habe den hier 112 und ich den Bf 109 aber ich glaube von welches besser Ok Ok Ich habe schon die richtige Wahl getroffen Kann ich mir die Stufe 5 leisten? Die Hände kostet ja gar nichts Ok Gut Und wir können sagen war es das mit der Folge Lasst einen Like und einen Abonnenten damit es euch gefahren hat Schaut euch beim nächsten Mal vorbei und tschüss Tschüss en Ich habe das mit dem